Mein Weg in die Freiheit war sehr lang. Er war einsam und ist noch nicht zu Ende. Niemand wird geboren und hasst einen anderen, wegen seiner Hautfarbe. Der Mensch lernt zu hassen. Er kann lernen, zu lieben. Denn Liebe entspricht der Natur des menschlichen Herzens sehr viel mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020